Farblich gesehen zwei absolute Gegensätze. Doch bei jedem Kuscheln gibt der Kater seinem Pater ein bisschen schwarze Farbe ab. Das weiße Gewand hat manche Spuren vom Camillo hier jetzt. Es gibt nicht nur Fellspuren, sondern alle meine T-Shirts und Pullover haben irgendwelche Risse und Fädchen, die da raus gucken. Aber das ist für mich immer ein Liebesbeweis, denn wenn er seine Krallen da rein versenkt, dann zeigt er ja, dass er mich gerne hat. Vor acht Jahren ist der Kater bei Pater Albert Zeul in Clausen eingezogen, mit gerade mal acht Wochen. Sein Name ist nicht irgendeiner. Dahinter steckt ein Charakter zwischen Herzensgut und Schlitzohr. Als Pfarrer habe ich überlegt, nehme ich vielleicht eine Gestalt, die so bekannt ist aus dem literarischen Pfarrer-Universum. Und so bin ich auf Don Camillo gekommen. Gehst du mit, Camillo? Ja, komm. Der Camillo ist gekommen, weil wir ein Mäuseproblem hatten, ganz viele Mäuse. Und da habe ich gedacht, wir brauchen jetzt die Mäusepolizei. Hat sich gelohnt. Durch Don Camillo ist Pater Albert den Tieren nähergekommen. Ohne den Camillo wäre ich nicht der, der ich heute bin. Ich könnte mich momentan eigentlich gar nicht ohne Tiere vorstellen. Mir ist das auch wichtig, mit Tieren zusammen zu leben. Ja, das ist hier. Müde Künstler, überhaupt nichts. Manchmal ist er so im Sommer, nachts auch weg, was selten vorkommt. Ich sage manchmal, er hat auch scheinbar Spezialaufträge oder sowas. Dann ist er nachts nicht da. Und dann habe ich mir eigentlich, mache ich mir eigentlich auch Sorgen um die Hühner und die Enten. Weil wenn er da ist, weiß ich eigentlich, die Hühner und Enten sind geschützt, weil er die auch bewacht. Er ist natürlich jetzt kein Hütehund, aber trotzdem, er passt auf die auf. Entlang der Mauern patrouilliert sein Kater jeden Abend. Hühnern und Enten würde er nie was tun, ist sich Pater Albert sicher, weil er spürt, dass sie Teil der Gemeinschaft sind. Und trotzdem hat es Don Camillo schon geschafft, seinem Besitzer einen Schrecken einzujagen. Eines Nachts geht der Alarm in der Kirche los. Der Pater wird aus dem Schlaf gerissen und schaut nach. Auf einmal hörten wir also da an der Tür zur Sakristei ein Mauzen. Und es war der Camillo. Der hat sich wohl hier ja reingeschlichen abends und ist dann zu dem Hochaltar da hinten gegangen. Und da sind eben ja Lichtschranken und der hat dann den Alarm ausgelöst. Es blieb ein einmaliger Besuch. Die Kirche ist nicht gerade Sehnsuchtsort von Don Camillo. Seine Kirche, in Anführungsstrichen, ist die Natur, der Park, das ist seine Welt. Don Camillo behütet und beschützt. Wohl eine Vorsehung. Denn wie sonst ließe sich dieses mittelalterliche Wappen auf dem Kirchengemäuer deuten? Diese anderen Wappen kann man erklären, dieses nicht. Das ist ein Geheimnis. Für mich ist das ja eindeutig eine schwarze Katze. Und von daher ist es das Wappen vom Camillo, Don Camillo. Und man könnte ein bisschen sagen, die Beifahrtskirche ist auch ein bisschen Sankt Don Camillo. Der Kater nimmt vor allem dann Verfolgung auf, wenn er weiß, es gibt was. Aber auch in schwierigen Runden mit dem Verwaltungsrat oder bei Beichtgesprächen, hier in diesem Raum, ist der Kater an der Seite des Paters. Als Priester geht es einem ja manchmal nicht so gut, weil man Dinge hört, die nicht so schön sind. Oder es gibt auch Tage, die nicht so gut sind. Und er ist da und stärkt mich, tröstet mich und baut mich auch auf. Das tut er auch sehr oft. Also von daher ist es wirklich ein Freund für mich, also Gefährte. Und ich könnte mir keinen besseren wünschen. Camillo liebt Nähe, aber zeitlich begrenzt. Denn er nimmt seine Aufgaben sehr ernst. Und dazu gehört eben auch Wache schieben.